Jo Leute, willkommen zurück zu Hashtag FragKleinEvo. Diesmal die Frage, hast du die Original Teen Titans Serie geguckt? Wer, äh wenn ja, wer war dein Lieblingscharakter und warum? Ähm, also, da muss man zuerst sagen, äh, ich bin nicht so der Comic-Fanatiker, also mit Comics kenne ich mich nicht so gut aus. Ähm, ich habe bei Google eingegeben Teen Titans Original. Und die Serie, die dann kommt, die habe ich gesehen. Also die habe ich gesehen, die lief damals auf RTL 2, glaube ich. Oder Kabel 1, oder irgendwo so, irgendwo da. Ähm, und die habe ich komplett gesehen. Und mein Lieblingscharakter daraus, also von den Titans selber, wenn man jetzt natürlich nicht nachher mitzählt, hey, wir sind alle mal Titans gewesen, weil wir uns alle irgendwann mal zusammengeschlossen haben und so weiter und so fort. Ähm, ohne jetzt groß zu spoilern, aber die Serie ist irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahre alt oder so. Also das Spoiler, äh, mach jetzt mal keinen Spoiler-Alarm. Ähm, also von den fünf klassischen Titans, Raven. Ganz, ganz klar Raven. Mit riesigem Abstand. Mit riesigem Abstand. Ähm, weil Starfire war mir immer zu blöd. Ähm, Beast Boy war irgendwie so, so, ja, der ist eigentlich komplett nutzlos. Der kann eigentlich nix. Äh, Robin kann noch weniger, weil der hat nur sein Equipment. Wenn man ihm das wegnehmen würde, dann kann der nix. Und, ähm, die einzige Alternative wirklich zu Raven war ja Cyborg und, ähm, na, den, ja, ne, war nicht so meiner. War nicht so mein Ding. Wobei ich Cyborg auch cool fand. Ähm, wenn ich komplett die Chars durchgehe, Slade war cool. Terror war natürlich, äh, mega cool. Aber, ich glaube, es gab keinen, der über Raven kam. Also, höchstens Slade. Slade fand ich super. Slade war auch sowieso der stärkste. Aber, ähm, ne, Raven. Definitiv Raven. Auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob das dann wirklich damit gemeint ist, ob es davor noch irgendwie eine Serie gab. Also, die noch originaler war. Aber, wie gesagt, wenn man bei Google Teen Titans Original eingibt, kommt eine Serie, drei Bilder darunter. Das waren alles drei, äh, Bilder von der Serie, die ich gesehen habe. Könnt ihr dann gerne nachschauen. Gut. Leute, wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare. Reinschreiben. Hashtag fragt ihr ein Evo. Frage dahinter. Beantworte ich euch gerne. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. Ciao, ciao.